Sonnenuntergang Grat Boah, das sieht aus wie... Boah, habe ich jetzt strahlende Haare? Ja, da ist eine Möhre, die Möhre! Ach du Scheiße, wie macht man das denn? Da musst du drehen! Ach so, mit dem anderen, okay! Oh, hast du schon! Ja, warte mal! Der ist da... Da kommst du aber gar nicht ran, so! Ja doch, dreh mal das vordere erstmal! Nee, kann man nicht! Geh mal rauf! Jetzt vorsichtig! Warte, äh... Okay, den Stern hab ich! Ähm... Warte, äh... Müssten wir so eigentlich... Geh mal was nach links? Nee... Nein, nein, nein! Ach, warum bewegst du es grad? Bitte lass es doch mal stehen! Nicht bewegen! Ja, ich muss gucken, bis wo es geht! Ja, wo bin ich denn jetzt? Hallo! Was geht denn jetzt ab? Nein, nein, nein! Okay! Du, ich lass so mal los! Rutscht er da runter? Nee, ne? Nein, nee! Aber das Problem ist... Das Problem ist jetzt nur... Scheiße! Nein! Ey, weißt du, wie scheiße schwer das ist, so langsam zu steuern? Ich darf das nicht loslassen, das ist kacke! Scheiße! Nein, andersrum! Ja, ich! Dann muss ich links rumhauen. Der Ding... Das Ding kommt aber hoch! Also, also muss ich doch da in die Richtung schon machen! Du musst nach links! Nach links! Na, oder du stirbst! Komm so hoch! Ja, wenn du nicht nach links gehst, stirbst du! Okay, ich geh nach links. Noch ein bisschen. Ich mach das jetzt einfach nicht. Bro, ey. Geh es hier raus. Bitte mal. Also drei musst du auf jeden Fall zusammen erst mal haben. Naja, nicht so viel. Aber du darfst nicht loslassen, weil sonst bin ich gleich im Arsch. Und jetzt musst du von mir aus gesehen, dass sich das Ding nach links dreht, ja? Bleib stehen, bleib stehen. Ich stehe. Ich weiß, das kannst du gut. Ich stehe mit eins. Vier Füße. Aua, ich bin gegen den Baum geflogen. Meine Möhre. Wirst du? Aha. Okay, also, warte mal. Ich bin blau. Ich muss links wahrscheinlich. Kann aber auch sein, dass das wieder abwechselnd ist. Ach, scheiße. Oh, es ist abwechselnd. So eine Kacke. Schnell. Du musst warten, bis ich draufgegangen bin. Ja. Oh. Okay, das war aber jetzt richtig. Das war jetzt irgendwie seltsam, ja. Warte, das war echt. Warte, warte. Okay, ich bin nochmal runtergegangen. Ich wollte nochmal... Das habe ich gemerkt, dass du das warst. Oh, scheiße. Ja. Du musst warten, bis ich draufgehe. Ich war doch nicht... Ja, ich dachte, du wärst schon links da, weil das Ding ja schon losgegangen ist. Nein, das war ich jetzt. Lass mich doch mal drücken. Ach so. Nein! Ich habe auf dich gewartet, aber... Ja, ich war gerade am gehen. Ach so, du warst am gehen? Nein, ich war am gehen. Am gehen. Aber ich konnte nicht mehr. Weil das Ding schon weg war. Nein, warte mal. Mach dir keine Panik. Nein! Oh. Jetzt darfst du hier Panik machen. Ich komme nicht mehr dran. Habe ich den jetzt noch? Nee. Doch, wir haben doch. Oh, nee, na. Nein. Das war doch der letzte da oben, oder nicht? Mann, nee. Das Problem ist, du gehst zu schnell. Ich kann die Farben gar nicht mehr sehen. Du hast mir gesagt, das geht auf Zeit. Ja, aber der Sterne ist da. Wozu denn, oder? Nein, so nicht. Mach! Ich habe vor mich. Ich bin hackt. Ich bin ersetzbar. Wie, du bist ersetzbar? Auah! Ey! Ey! Meine Möhre dafür, dass du mich jetzt so blöd angemacht hast. Hol dir die Dinger da hinten an der Ecke. Es ist gefährlich, die zu holen. Da gehe ich nicht hin. Du Möhrendieb! Boah! Du musst doch immer mit der Möhre spielen. Ja, ja. Ach so, vier Füße? Ja. Darf man das nicht mehr? Doch, klar. Oh. Aber du hast den Schalter kaputt gemacht. Dieser Schalter ist defekt. Lass mich helfen. Dankeschön. Gern geschehen. Ah, weg da. Hol du die mal. Ach so, da geht's hoch. Ist hier noch was? Ja. 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 Guck mal hier. Was ist das der den anderen nimmt? Ach so, ne. So weit ist es, was da drin ist. Ich guck mal, was hier hinten ist. Ist hier noch was? Ne. Oh Gott. Äh, was ist mit den rechts? Boah, dass man sich das nie mal angucken kann, ne? Ja, es lese ich gar nicht erst durch. Ah, doch. Es klingt vielleicht seltsam, aber ihr müsst die Kugel-Bot in ihrem Finger fallen lassen. Offensichtlich haben einige hier zu viel Freizeit auf den Füßen. Also ich hab die Mittel. Das Mittelteil. Warte. Warum kann ich nur... Dann öffnet sich das Tor. Warte, warte. Mach du das andere, warte. Viel Glück. So, da will ich jetzt endlich mal zu dem Ding gehen. Also ich hab diese, die hier. Wo kommen die? Ach da. Uh. Nicht zu feste. Uh. Ach so. Ah ja, ich verstehe. Ich, ich, okay. Aber du kannst mal oben versuchen. Na, jetzt. Ja, das ist so rollen. So rollen lassen. Wollte ich ja, aber das ging nicht. Ach, nur einmal? Okay. Ja, aber wir haben nur gut zwei Dinger nicht oben. Oh, egal. Hallo, warum geht der jetzt nicht? Ach so, ich bin ja blau. Du bist schon wieder getrunken, Schatz. Ja man, ich bin blau und pink von der Haarfarbe. Und ich frag mich echt jedes Mal, welche Farbe ich eigentlich hab. Das ist doch scheiße, sowas. Okay, wir müssen nach hoch. Dann musst du den Schalter machen, der ist aber kaputt. Oder? Wirst du wissen, dass der kaputt ist? Mach den mal wieder weg. Ach so, du musst genau den richten... Aua. Okay. Im richtigen Moment, hab ich gesagt. Ja, genau. Lass mal los. Nee, ich muss... Mann. Mach den Schalter mal rum. Warte, warte, warte. Ich muss dich jetzt hochholen. Eben. Ich darf nämlich nicht loslassen, sondern mit dem Schalter. Warte, 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 warte. Ich wollte eigentlich oben drauf. Ach so, willst du nochmal zurück? Nee, geht nicht mehr. Oh, wir haben nicht mehr viel Zeit. Du musst mich... Du musst mich... Nicht mehr viel Zeit. Was für eine Zeit. Nee, ich dachte, da war eine Zeitangabe. Soll ich oben immer drauf gehen? Ähm... Nee, anscheinend nicht. Äh. Ist voll die komische Perspektive irgendwie jetzt. Warte. Warte mal. Kann ich da rübersprung... Springen? Nee. Ich glaube, du musst mich auch stoßen. Warte mal, ich geh nochmal... Oh, warte mal. Hier, da ist... Ey! Nein, so nicht. Lass doch mal. Ja, rechts, rechts, rechts. Hallo? Okay. Ja, hätte ich das nicht gemacht, hättest du das nicht mitbekommen. Wieso kann ich nicht sliden da drauf? Spring mal runter. Ja, will ich ja, aber ich will auf das Ding springen. Warum geht der so komisch jetzt? Nein. Warte. Nein. Bin ich ganz unten. Halt, wieso bin ich jetzt hier? Ja, weil du mich wieder hochholen musst. Warum denn das jetzt? Ja, weil ich ganz unten bin. Ja, warum bist du denn unten? Weil du mich nicht rüberschießen wolltest. Ja, ich hab dich jetzt mehrfach rüber geschossen. Geh doch mal rüber. Sonst hängst du wieder unten. Nein, du musst den Schalter rüber. Geh rüber. Hallo, ich muss doch zu dir. Na endlich. Hallo, gehst du mal da rund? Warum geht der so bescheuert jetzt? Pass auf. Soll ich jetzt nochmal machen? Ja, sonst holst du uns nämlich wieder. Nein. Du musst jetzt... Jetzt schieb das Ding. Ja, wenn du jetzt sagst, kann ich dich nicht mehr schieben. Das ist zu spät, wie du siehst. Du musst springen, dann musst du geschoben werden. Ja, oder so. Obwohl ich ja so eben auch gestanden habe. Warte. Ja, du bewegst dich immer. Ja, ich bin... Ich will wieder runter. Du musst... Du kannst mich so nicht rüberkriegen. Komisch, ich bin eben so rübergekommen. Nein, ich hab dich mit dem Stein geschossen. Du musst... Pass auf. Wenn der halb ist... Jetzt spring endlich mal. Warte. Jetzt mal. Ja, genau. Geht doch. Jetzt machen wir mal das gleiche bei dir. Wenn ich mal auf das Ding drauf kann. Hallo. Hallo. Na ja, klar. Na ja, klar. Ach nee. Aber ich bin hier. Gut. Okay. So geht's dann auch. Ich will die Möhre, ich will die Möhre, ich will die Möhre. Gib mir die Möhre. Ach, ich kann... Scheiße. Ich kann nur die Richtung bestimmen, in die es gedreht wird. Ist doch scheiße. Ich kann das nicht langsamer machen und nix? Ja, wie willst du denn da rüberkommen, wenn das so schnell ist? Ach so. Äh, scheiße. Wieso hat der den jetzt nicht mehr gegriffen? Achtung mal. Machst du an links? Lass mal ein bisschen... Lass mal ein bisschen... Ja, du musst laufen. Ja, ja. Ach du Scheiße. Scheiße. Nein. Ja. Was denn jetzt? Warum läuft der nicht? Ach, ist das eine Scheiße. Tut mir leid, das kriege ich glaube ich nicht hin. Ja, das habe ich mir jetzt aber auch gerade gedacht. Du darfst nur nicht loslassen. Das ist das Wichtigste. Also, probier mal eben. Hast du? Äh, du musst schon ein bisschen mitdrehen. Nein. Ja. Du musst mitdrehen. Du warst ein bisschen zu schnell. Ja, dann musst du halt lernen, ein bisschen zu drehen. Das machst du gut, das machst du gut. Geh da rüber. Nein, ich bin tot. Nein. Warum? Aber warum? Ja, du hast nur in eine Richtung irgendwie gedreht gerade. Mann ey, das war doch so gut. Warum bist du da nicht drauf gekommen? Weil du nur in eine Richtung gedreht hast. Ja, es hängt, es hängt gerade. Ich weiß nicht, was los ist. Damit runtergerutscht bin. Wie gesagt, du darfst nicht loslassen. Ich lasse doch nicht los. Nein, warum mache ich das falsch rum? Weil du es richtig machen willst. Nein, jetzt ist es auch falsch rum. Geh hoch. Stückchen weiter, weiter. In die andere Richtung. Ja, das mache ich doch. Warum geht das dann nicht? Ich verstehe es gerade. Warte mal, drück mal nach rechts. Dann geht der nach links. Also immer entgegensetzt machen. Ja, ich sehe das hier auch. Sag mal, aber warum? Jetzt kriegst du... Du bist irgendwie... Ja, wenn ich gerade laufe, dann geht es irgendwie nur noch in eine Richtung. Ja, aber ich kriege das so schnell nicht gedreht. Du sollst es ja auch nicht drehen. Ja, jetzt... Ich bin stehen geblieben die ganze Zeit. Ja, ich weiß nicht. Nein, warum geht das dann da hin? Mann, ey! Warte mal eben. Ich habe auch ganz nass den Daumen schon, ey. Von diesem Scheiß festhalten da, ey. Hallo. Kann ich? Ja. Ach. Halten, 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 halten. Aua! Spinnst du oder was? Ich knutsch dich. Ich knutsch dich. Was machst du da? Ja. Merkt er schon. Sogar richtig rum diesmal. Echt? Ich sehe leider nichts. Äh, warte mal. Ja. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du mich umgebracht. Ne, ne. Weil du mich so festgehalten hast gerade... Aua! Du bewegt dich immer wieder. Nee. Der Tor. Äh, das ist nicht gut, glaube ich, oder? Aua! Äh... Ja, irgendwas machen die hier. Ja, du hast mich gerade irgendwie kaputt gemacht. Nein! Man muss darüber gehen irgendwie, so wie die das machen, oder? Also, ich bin jetzt schon zweimal durch gewesen. Ja, aber komischerweise sterbt mich immer da hinten. Nee. Aber die Dinger müssen holen. Na, ich komm nicht mehr raus. Was? Äh, okay, ich bin tot. Nein. Ich hab jetzt so lange hier gewartet im Ziel. Wow. Wer kann dieses Rätsel lösen? Wir müssen erstmal die Karotten hier lösen. Oh je. Oh je. Was muss ich mal da wieder machen? Ach, das ist eine Wippe. Ja, geil. Und du stehst auf meiner Seite. Ne, ich steh nicht mehr. Ja, was ist denn jetzt deine Seite? Die oder die? Die Linke. Sonst würde ich ja nicht da rüber laufen. Also, da stand ich ja auch nicht. Oh, scheiße, die werden ja verbunden. Fuck. Ja. Was müssen wir denn überhaupt machen? Wir müssen die nach links und dann rechts rüber rollen lassen, ne? Wir brauchen das mittlere Ding irgendwie, oder? Oder genau andersrum. Warte, warte. Wenn der jetzt nach unten gegangen ist, dann direkt drauf und dann ein Stückchen nach links. Ah, das war nicht nach links. Ich hab's aber. Bin zwar auch tot, aber... Hast du gut gemacht, Schatz. Oha. Oha. Ich hab dir gesagt, das Spiel hier zerstört ihn. Gut, das find ich verheiratet. Auch nicht. Also dürfen wir's danach nie wieder spielen, oder wie? Ey, lass die Möhre los, Mann! Weil es soll ja neue Level, also die sind ja alle am beschweren, dass es so wenig Level gibt, dass es da keinen Content gibt mehr. Vielleicht kommt ja nochmal was irgendwie. Ich glaub, ich muss da erstmal... Äh, ich glaub, da hinten... Aua! Danke. Vielen Dank. Ich glaub, da hinten kann man auch gar nicht so rüber, ne? Ich muss bei dir rüber auf die Seite. Ja, aber geht nicht. Du kannst nicht da rüber. Warte mal. Ja, dann beeil dich mal. Nee, es verändert sich nicht. Hä? Das ist nur für mich. Also ich muss da... Achso, ich muss erstmal rüber. Warte mal. Warte mal. Ach, damit kannst du das links steuern. Ach du Scheiße. Du musst da drauf bleiben. Du musst mich steuern links. Hallo. Warte, warte. Nein, er geht nicht mehr... Er geht nicht mehr hoch. Er geht nicht mehr hoch. Ich... Also warte mal. Aber ich... Ja, ein bisschen zurück. Ja... Warte mal. Warte, warte. Ich muss irgendwie... Ich hab ja gesagt, dass ich rosa sein will, aber... Ich bin tot. Ich bin tot. Oder? Ja, ich bin tot. Da komm ich nicht mehr hoch. Nein. Vielleicht schaffst du's noch, Schatz. Nein. Warte mal. Ja... Nein, nein, ich... Warte mal. Warum geht der nicht... Warum... Warum geht der nicht da drauf? Mann! Ich komm nicht hin. Große Schritte, große Schritte. Ja, er macht das nicht immer. Ich mach das so, aber das geht nicht. Lass ihn mal gucken. Ja, jetzt musst du das eben... Ja, doch. Drum wär gut. Also... Ja, aber auch so, dass ich da jetzt nicht komplett runterfalle. Ja, wie kommst du... Wie kommst du denn da jetzt... Ach so, du musst da auch noch drüber laufen. Ja, geil. Geh mal hier drauf. Auch das jetzt hier? Ja. Ja. Lass nur nicht ganz so langsam gehen, weil ich muss teilweise ein bisschen schneller nach oben, nach oben. Oh, ich komm nicht mehr hoch. Fuck. Ja, okay. Oh. Ja. Boah. Super gemacht, Schatz 6. Das war echt krass, ey. Warum sind die eigentlich jetzt so... Oh, die sind jetzt so anders, irgendwie. Und warum kann man die nicht... Irgendwie für... Müssten ja gut sein. Ja, ist sicher nichts. Aber... Ich sammle trotzdem. Ja, dahinter hin aber ich nicht. Ja, ist noch einer. Vielleicht hier noch. Oh. Oh. Was machen wir da hinter dem Stein? Ja. Wenn ich das wüsste, was du da für ein... Aua. Was du da für ein Blödsinn wieder machst. Ich hänge in dir. Ich hänge in dir. Kannst mich mal. Guck mal, wo mein Bein ist. Da. Ich hab das runtergedrückt. Ach, jetzt gibt's wieder die Scheiße. Oh, nicht wieder so eine Scheiße. Oh, in der Mitte musst du auch noch hin. Dann müssen wir erst in der Mitte rein. Dann geh du in der Mitte. Nein. Was war denn das jetzt? Aber... Es war rot. Es war rot. Du gehst in die Mitte wieder, ne? Ich fang an. Oh. 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 Einer muss noch nach außen gehen. Nein. Oh. 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 Hätten er locker geschafft jetzt. Ja, du bist da. Warte. Ja, es geht ja nicht mehr, aber wir haben es aber. Komm da runter. Aua. Wie viel brauchen wir jetzt hier? Viel. Wieso stand das doch nicht? Dies wird die letzte Herausforderung sein. Warte mal, können wir hier vorne erstmal gucken, ob da irgendwas... Schein nicht so. Boah, kannst auch mal... Oh, ne Karotte für dich. Ich steh auf Karotten. Oh Gott, aber zumindest zum Drehen, okay. Oh Gott. Achso, ich bin... Okay, okay, okay. Mach auf, mach auf. Mach das rechts auf. Ja, aber dann ist es ja weg. Jetzt andersrum machen müssen. Wenn ich so rum mache... Ne, du musst es halten, warte mal. Aber ich komm... Es geht gar nicht auf nach links. Warte mal. Ich hätte es jetzt anstoßen können. Achso, genau das müssen wir machen. Du musst es schießen. Achso, genau. Nein. Hallo. Was macht er denn hier? Warte mal. Ich kann ihn mal... Jetzt. Ja, aber dafür musst du offen haben. Schieß doch mal hoch. Ich hol's dann. Scheiße. Nein. Oh, wohin? Ich kann das Ding nicht mehr drehen. Hallo. Jetzt hängt der. Achso, weil er nicht mehr greift. Andersrum zu schießen. Kannst du andersrum schießen? Ja, nicht, wenn du dich nicht bewegst. So rum, so rum. Ja, du musst dich bewegen. Ich komm da sonst nicht rum. Jetzt einmal andersrum. Ich muss es oben offen machen, sonst geht das nicht. So ist das offen. Vor allem, der dreht das auch nicht so in der Richtung, wie ich... Kannst du das andersrum schießen, bitte? Der lässt immer wieder los. Ja, da hättest du abprallen lassen müssen. Ja, aber ich krieg's ja nicht. Ich krieg's ja nicht. Deswegen muss... Ach, wieso lässt der immer wieder los? Ja, die Sache abprallen lassen. Oh, ich hab Krampf in der Hand, ey. Pass auf, wir tauschen mal. Sollen wir mal tauschen? Ja, ich kann das ja auch nicht viel besser. Du musst es einfach nur abprallen lassen, wenn nicht. Ja, aber du machst... Oh, mein Gott. Ja. Wenn das nicht kriegen können. Ja, toll, ey. Ist wieder nicht offen? Nein! Das war mein... Mein Pumpe, mein Federhahn, mein... Oh, ich kann mal... Das ist aber auch scheiße. Och Mann! Wieso macht er das dann immer in die falsche Richtung? Ich dreh immer in die gleiche Richtung, aber manchmal geht er nach rechts, manchmal geht er nach links. Nein! Och, ich hab's nicht weit genug aufgemacht. Willst du mich verarschen? Ja, du hast den gleichen Scheiß wie ich, du hast losgelassen. Beziehungsweise der hat losgelassen. Ja, komm, und dann hab ich's jetzt nicht gesehen, ey. Ach, leck mich doch, ey. Das hab ich nicht... Hallo! Ey, ich dreh immer nur nach links, ne? Denkst du, der geht auch mal nach links? Behalt das Ding doch mal! Das ist eine Scheiße hier. Ich komm damit in den Bau... Was macht der denn? Ja, toll. Hab ich so gut geschossen, dass der genau durch die Mitte gegangen ist. Scheiße. Nein, der geht auch nicht. Ach, komm! Diese Kack-Dinger, die stören, ne? Nein, der war fast ungewöhnlich. Mann, ey, ich dreh immer in eine Richtung und trotzdem dreht... Nein! Dreht aber anders hin. Och. Ey, das... Nein, ey. Ey, ich krieg's immer genau so hin, dass der durch die Mitte geht. Die Lücke triffst du gut. Ah, oh. Abgebreit war ja nicht gut, aber... Zu hoch vielleicht. Ah, oh, okay. Nein! Ey, was macht der da oben eigentlich immer, dass der dann von der Wand weggeht? Keine Ahnung. Okay, das war ich. Das war endlich ein bisschen weiter. Oh, jetzt hat der wieder nicht mehr festgehalten? Ich verstehe es nicht. Also, dass der mal wieder loslässt. Warum... Was? Warum geht der? Das kann sich nur um Stunden machen. Uh, Scheiße! Ich hab was gefangen da drauf, ey. Was für Scheiße, ey. Ja, das ist nicht offen. Das ist das Problem. Och, ist doch nicht... Weißt du, es hat mich schon am Anfang hier an diese scheiß... äh... Flipper erinnert. Das hab ich auch immer gehasst. Ja, warum ging der jetzt nicht rum? Weil du den geboxt hast. Der kann nicht rum, weil du dazwischen stehst? Hey, das kotzt mich an mit diesen Scheißen. Mach doch mal bitte einmal... Kannst du nicht andersrum drehen? Ich bin schon froh, dass ich überhaupt drehen kann. Der lässt ja immer wieder los. Das ist ja nicht scheiße. Also jetzt so... Warte, 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 warte. Jetzt... Ne, so... Ne, andersrum drehen, bitte. Ja, andersrum, dann mach ich den... Nein, nein, nein. Okay. Ne, doch. Ich muss den aber... Da muss ich den haben. Also ich wollte dir nur noch zeigen... Warte, ich sag dir Bescheid, wenn du das machst, dann. Pass auf, warte, warte mal. So, so jetzt, bitte. Fester. Oh. Oh, jetzt lässt er wieder los. Nein! Oh, doch. Leck mich am Arsch! Oh. 21 Prozent von Kreise. Aua, mir tut die Hand weh, ey. Mir tut die Hand weh. Ey, mir tut mir der kleine Finger weh. Ich weiß gar nicht, warum mir der kleine Finger am Controller weh tut. Oh. Oh. Komm hier runter. Los. Ei, ei, ei. Oh, Sonnenuntergang. Ja. Ey. Sag mir bitte, dass das das letzte Spiel war. Ich glaube nicht. Oh Gott, ey. Immer noch 70. Aber das heißt, immer eine halbe Stunde gedauert. Das ist abartig. Ja. Oh. 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 Wauw, 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 wauw Wauw, wauw Wauw Wauw